herzlich willkommen zu diesem video ich möchte in diesem video zeigen wie man mit one drive von microsoft ich bin hier gerade in google play funktioniert mit android sehr gut aber auch wahrscheinlich mit apple ios da kannst du es dann vom app store herunterladen wie man eben diesen one drive von microsoft und dem zugang zu office 365 dann dateien mit hilfe einer app heraufladen kann ich mache das jetzt bei mir mal so dass ich ihm eine foto app geben werde und ein foto schießen werden dieses foto möchte ich dann heraufladen microsoft one drive gut ich gehe jetzt in meine kamera app hinein und habe hier zwei mandarinen mal vorbereitet ich lasse mich dann hier mal so ein bisschen durchführen anleiten wie man ein foto machen kann es geht jetzt hier nicht um perfektion drück einmal drauf und das foto wurde gemacht ich sehe es da herunten und jetzt gehe ich dann da heraus und gehe meine one drive app das ist diese hier habe ich hierher gelegt mit die verknüpfung kommen jetzt rein welche reinkommen habe ich hier mehrere möglichkeiten ich habe hier mal links unten die möglichkeit auf dateien zu gehen zuletzt verwendet mit dem ist geteilt habe andere dateien das heißt ich sehe hier den zugriff auf meinen cloud speicher ich gehe auf dateien zurück möchte ich in einem bestimmten ordner das dann heraufladen und ich erschaffe mir jetzt gewissermaßen einen neuen ordner ich erzeuge meinen neuen ordner und diese ordner heißt dann wenn ich hier auf ordner stellen gehe die nenne ich jetzt einmal neue fotos ich kippe jetzt hier hin neue fotos neue fotos und in meinem cloud speicher wird jetzt hier ein ordner erzeugt heißt es neue fotos möchte ich dann wieder herausgehen möchte aus diesem ordner hier würde ich wieder auf dateien gehen ich könnte auch in andere ordner hineingehen hier zum beispiel abc ordner klicke wieder auf dateien und kommen wieder zurück suchen jetzt meinen ordner den ich erzeugt habe gerade eben nämlich neue fotos klicke dort hinein oder drücke drauf und kann dann hier über die plus dass die rechts oben mir dann dieses foto heraufladen ich drücke zumal daher könnte wiederum andere fotos machen ordner stellen oder sogar ein word dokument erstellen ich will in diesem fall jetzt aber hier hochladen ich klicke hochladen und habe hier dann schon vorgeschlagene dinge die ich rauf laden könnte ich gehe jetzt hier her und wähle hier eigene bilder und wähle mir hier zwei norten aus wo normalerweise meine fotos landen ich gehe jetzt hier zum beispiel probieren muss man das aus auf camera und da habe ich schon und ich gehe jetzt hierher und wähle mir hier meine mandarinen aus wenn du selber fotos raufladen möchtest oder andere dann musst du halt dann dein verzeichnis durchsuchen damit du dann zu deiner datei kommst ich will mir die mandarinen aus ich klicke auf ok und die mandarinen werden heraufgeladen und sie sind hier in meinem ordner gelandet wenn ich hier wieder auf datei gehe wo ich wieder meine üblichen verzeichnisse könnte wieder auf neue fotos hineingehen habe hier die mandarinen drücke drauf und habe sie hier in einem cloud speicher könnte es mich auf dem pc auf dem laptop einloggen könnte dort auf ein foto zugreifen ja so einfach geht es sich dateien mit hilfe der app von one drive über ein android handy und ebenso sicherlich über ein ios handy dann diese dateien wie foto zum beispiel heraufzuladen und dort zu sichern danke für deine aufmerksamkeit bis zum nächsten video heraufzuladen